...mäßig zur Weihnachtszeit wird sein Last Christmas in allen Radiosendern rauf und runter gespielt. Ein schwacher Trost für alle, die mehr wollten, hat er jetzt endlich ein Einsehen gehabt und sein neues Album auf den Markt gebracht. Seinen letzten Fernsehauftritt in Deutschland hatte er vor fast 20 Jahren mit Wham, wird also höchste Zeit, dass er zurück ist. Wir freuen uns, dass er sich Wetten, dass ausgesucht hat. Hier ist George Michael and Amazing! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018